Yo, moin. Im heutigen Video geht's um das größte Bingo, was wir jemals gemacht haben bisher auf YouTube. Gemeinsam mit Steve haben wir das Ganze gemacht. Das war ein 5x5 Bingo. Wir werden in Zukunft auch nochmal noch ein größeres starten. Für jedes Bingo, was wir geschafft haben, verlosen wir 10 Euro Valorant Points in dem YouTube-Video. Zum Mitmachen, Kanal abonnieren, Instagram-Namen in die Kommentare schreiben, wird am 22. ausgelost. Wir haben das Ganze 18 Stunden lang aufgenommen. Einmal 10 Stunden, einmal 8 Stunden. Also, falls ihr ein bisschen Liebe für den Video da lassen wollt, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir haben 5x5 Bingo. Das sind 25 Felder, für die, die dem Matheunterricht nicht aufgepasst haben. Surrender Vote, 2 Kills durch Smoke in einer Runde, Lenkrad, mann genommen der Gegner wide swingt und du ziehst seinen ganzen Sprinter. Ja, das ist Lenkrad als Beispiel. 3K Operator in einer Runde, Overtime, Harmy Tilt, Sicker, Clip, Team-MVP, Match-MVP, 25 plus Kills. Thrifty, ist halt Eko gewonnen. 3K Sheriff, Voice Chat-Off bei einem Teammate. 2 Kleiner One-Taps, Back-to-Back-Win, Ace, 15 Assists, Knife-Kill, Win, B3B, das sind 3 Wins. Clutch-Up, 1-on-3, 9-3-Kuss, 20 plus Kills, Stevo Tilt, Line-Up-Kill und Toxic-Mate. Alter, das ist schon sehr viel Stevo. Ja, der Remake. Wir haben Remake gerade rausgenommen. Wir hatten ein Remake in der Liste drin und haben es rausgenommen. Du wolltest es rausnehmen, Mann, ey. Ich sag, lass rausnehmen. Ey. Was ne Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Für was haben wir es nochmal rausgenommen? Für zwei Kleiner One-Taps. Ey, was? Mann, Armin. Oh, ist da ein Schock, das. Oh, ist da ein Schock. An uns. Wichtig, wichtig. Boah, den Surfer hab ich ein bisschen eingecremt. Trifty. Das war ne Trifty. Stevo, wir haben ne Trifty gewonnen. Wow, nice. Das ist A und zwei von da sind B. Okay, dieses Frankfurt-Server ist einfach, das ist schon die beste Spieler der Welt. Eigentlich müssen wir nur Frankfurt spielen, um unseren wahren Rang zu erfahren. Ja, aber das Ding ist halt, die sind ja nur im Gegner-Team, aber nicht im eigenen Team. Das stimmt allerdings. Oh, da krafts. Oh, da krafts. Surrender-Vote. Ganz oben links, Stevo. Schön, zwei Sachen in einer Reihe schon. Chill. Ich hab deine Kross. Ob ich jetzt ulten können. Take a Raise-Ult, Wutshot. Oh, f***. Nice shot. 55 auf der Sage, okay? Ich kann den P-Try. Nice. Es ist zwei Leute hier noch, still. Zwei Kantine. Three guys hier, one behind us-A-Main. Just run A, run A, run A. Last two should be on B. There's one close to the smoke, Sagefoss. You've got the one close to the wall. Hast du den Weakon geschießen? Satchfoss. Okay, wir haben den. Das Arm in. Der hat die Beine in die Hand genommen, sagst du? Ich habe die Beine in die Hand genommen. 30 Sekunden left I can heal you, come under Meinst du, der erwartet mich hier? What? Yeah, he was close to the wall, bro Fuck me, there's one giant Under dead I resmoke CT Boing Nice, how many mollies have you? One One Ah, one Do you have to stay in on-site? Nice Let's go One drop, one drop I got a flash out, look away I'm mollied Another drop, another drop Another drop One One Sage is a main I got a kill here Venturacers, Venturacers Venturacers Two Ten seconds left One enemy remaining One enemy remaining I guess Okay, burn, burn, wait Stop down Yeah Okay Five Ich schwöre dir die Info wieder für alles. Ich kann Mainsteen, ich kann dich nochmal von hinten kommen. Nein, es werden genau fünf Schüsse in meinen scheiß Körper auf CT geschossen. Das ist wieder so ein Game, wo nichts funktioniert. Ja, Harmy Tilt kann ich abgeholzen, meine Fresse. Ach, send raus schon. B, 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 B. Amontra, ach. 104 Euro. Und ich weiß, dass ich genau da stehe. Warum? Was ist das für ein Angle, den er guckt? Er guckt nicht die CT, sondern einfach, wo ich stehe, Mann. Nach 20 plus kann ich auch abkreuzen. Und wir verlieren wieder ein Game. Could be under. Oh, close, close, close. Heaven. Dead. You can raise the Sage. One's raising. One CT. CT. CT lost. Einfach reinhalten. Way. Okay. Oh, I'll put it in. Elbow. Smoke? Gonna be on side. You feel Sage? Just go side. Kannst du healen? Side on side. Sprengs Elbow, Elbow, Elbow Er ist tot Was für der Ace, komm Ich habe 3 Och man Planting Oh ne Sonder Feather? Oh nice Amazing guys Stark 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 Und das ist der Match MVP right here Das ist gut fürs Bingo Jet dashed on A In 3 Gold für Knife Oh Ich flash und An der Hier ist Bomb Mann die Jet ist an mir vorbei gelaufen Stevor Fenix hat 110 Ja trocken bitte rechts Nice guess Oh 2 kills durch smoke habe ich Stimmt Kann es planten gegen glaube ich Jetzt seht ihr Das wäre so eine fette Runde gewesen War das ein Stahl einfach? Ja Ja Fuck da hätte ich sicker Clip Ankreuzen können Hätte Woah Woah Hast du den Linker gesehen von der Astra? Ich bin noch im Leben Oh sorry 70 von mir Minus 17 Stunt Alles nice Und das ist die 3 K Operator Darfst du ihn eigentlich doch abhacken? Oh schön Ja Ja doch Mach die mit weg Dann darfst du eigentlich auch Match MVP mit bei dir abhacken Nein, das war ein Spaß. Hast du verstanden, was ich meinte? Hier geht es ja gar nicht. Verstaunt. Ein Flash. Flash jetzt, Flash. I'm gonna ulti. You want to play? Let's play. Gecko 1 HP, Gecko 1 HP, 1 Pillar. Gecko 1 HP. Nein. Wenn der Gecko bei mir stirbt, habe ich A, Stivo. Ne. Hä? Hast du nicht. Die habe ich nicht. Wir haben die Killjoy? Ja, die steht da drunter und guckt Richtung Rampe oben. Wuuuuhhhhh. You. Whoa! One HP. Nice. Nice shot. Thank you thank you. Laka? Hast du das geschafft? Ich habe drei K. Zwei Kleene One Tabs? Zwei Kleene One Tabs, das kann ich mit ankreuzen, oder? What the f**k? Oh, GG Stark GG Alter 3k Sheriff 2 clean one taps Back to back win Bingo Ei, ei, ei Bingo Einfach Bingo Bingo Das ist die erste 10€ Valorant Points Karte fürs YouTube Video Also meine Hoffnung ist dieses Game 15 Assists Wir könnten B3B machen und Line Up killen Judge, Judge Baison, Judge 4 2 Elbow pushing fast, Elbow pushing 100, 100 Der Rays Ich habe Elbow Aua 2 HP 2 HP Kannst du C-Tile halten? 2 HP 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 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP Nice, 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 nice. Und das ist Win, B3B und 15 Assists. Warte. Verstehen? Aber ich reich nicht mit. Ja, aber alles klar. Ach, das ist kein Mate. Das ist mein erstes Ace des Tages ohne Warm-up. Warum auch immer Killjoy von C rotiert? Das ist gut so. Nein, das Ding ist halt, das ist gut so, weil das ist die Phantom, die habe ich mir gerade gekauft. Oh, das ist ja auch nichts. Es ist well, das ist eben. Es ist auch nicht nur eine Judith. Hier habe ich ein Beard. Es gab ein Beard. Ich bin dran, da bin ich mit mir so, genau. C-Linked one. Last on C. Wait, let me hold him. I have Ace. Thank you, thank you. Ey, gib mir doch das fucking Ace. Hallo. Let's go back. It's fine. We gotta pick. Don't pick, Echo. Outside, mine is 40. Both there, both there. Flash doch bitte. Aber das ist doch eine Flash. Hä? Was? Das ist ein gekaufter Account. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Nicht peaken. Ich bin von Mech. Schmeck, schmeck, schmeck. Schön, Junge. One more. Schön, um welches Sie war. Nice. Operator lost. Minus 6. Minus 6. Minus 6. Ich bin Heaven. Nee, nee, nee. Warte, warte, ich bin Heaven. Ich habe gute Palsy. Einmal Flash. Oh, peek. One by one. Ich habe einfach auf den Omen geschossen und den Sova dahinter getötet. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Du hast auch Live-Game. Ich habe auch Live-Game, ja. Wie kann es eigentlich sein, dass ich mit 34 nicht mal annäherndweise an Match-MEP dran bin? Mach bitte erst die Mollys kaputt. Komm schon. Okay, Mollys. Das ist der Größte Wirt, der bei uns einen 101 spielen muss. Er ist auf der Bombe, da kann er schon nicht mehr defusen. Mann, das ist der Größte Wirt einen 101 spielen muss bei uns. Aber ich kann Team-MVP abhaken, Sivor. Ich habe nicht gesehen. Ja, ich glaube, ich habe einen getötet, während unser Mate gestorben ist. Zählt das trotzdem mal als 1 gegen 3? Oh, weiß ich nicht. War das ein sicker Clip? Das war halt cool, weil ich eh gespammt habe, während ich gestorben habe. Und war das direkt dismissed. Pop, pop. Links recht. Ja, die Kohle. Ach, nicht Kohlen-Sorbe, sondern zu schnell gegessen. Der Rap kommt hoch. In dem Moment, wo du gekillt hast, ist der Mate gestorben, war gleichzeitig. Wir machen einfach... Wir haken einen Clip ab, weil das ist Doppel-Bingo. Und Klatsch, haken wir ab. Du hast trolling, Rainer. Nice. Du hast trolling und du hast es noch gewonnen. Das ist gut. Keine Schmerzen? Ich habe nur eine Schmerzen. Du hast nur eine Schmerzen? Ich habe nur eine Schmerzen. Ich habe nur eine Schmerzen. Okay, jetzt haben wir Toxic Mates auf jeden Fall auch fertig. Oh mein Gott, was geht bei denen ab?